Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Donnerstag, dem 30.12.2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1141. Heute habe ich einiges an Themen, aber vorerst zuerst Entschuldigung. Die Episode, die am Montag hätte rausfallen sollen, ging nicht raus. Der Server hat geklemmt und ich war die letzten beiden Tage so was von zu mit Arbeit, dass ich das leider nicht bemerkt habe. Pfui, 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 es tut mir leid. Irgendwas hat da heftig geklemmt. Heute haben wir die folgenden Themen. CES, OBS, Apple Fitness Plus, Alexa, Spotify, Next und LastPass. Ich beginne gleich zwar erst mit der CES. Ich war ja überrascht, als es im letzten Sommer hiess, dass CES Anfang des Januars des kommenden Jahres, also 2022, stattfinden wird. Man wollte bis zu 1900 Journalisten aus der ganzen Welt dahin karren und ähnlich viele oder gar noch mehr Firmen mit interessanten Produkten etc. Jetzt sagen eine Firma nach der anderen, Google, Amazon, Meta, haben alle abgesagt. Jetzt kommt auch Microsoft. Auch Sie glauben, dass dank der Omikron-Variante das Ganze nicht ganz so eine intellektuelle Entscheidung war, das Ganze stattfinden zu lassen. Somit wird die CES ziemlich sicher zwischen 5. und 8. Januar in digital stattfinden. Sowas ähnliches, wie es letztes Jahr auch war. Ich bin mal gespannt. Kennt ihr Streamlabs, OBS? Die hiessen ja plötzlich nicht mehr Streamlabs, OBS, sondern nur noch Streamlabs. Wieso hiessen sie Streamlabs, OBS? Weil sie auf der Streaming-Software, Quelloffenen Open Broadcast Software basieren. Da gibt es aber nebendran noch dieses OBS, das Open Broadcaster Software. Das ist auch eine Open-Source-Geschichte. Und die hatten sich in die Haare bekommen. Streamlabs wurde damals von Logitech gekauft. Ich glaube, das war irgendwie um 2019 herum. Und dann haben sich die beiden wegen dem Endkürzel OBS in die Haaren bekommen. Mittlerweile haben sie sich wieder lieb. Sie haben sich nämlich auch geeinigt. Sie werden zusammen in Kooperation gehen und für Streamer die bestmöglichen Wege vorbereiten für die Zukunft. Das finde ich die bessere Lösung, als Krieg zu machen. Freuigkeiten gibt es für alle Fitness-Muffel und oder Sachen, die wie verteufelt da hinten dran sind. Apple Fitness Plus. Neue Workouts und Mediationen kommen direkt zum Jahresstart. Das ist doch toll für all diejenigen, die sich da irgendwelche Vorsätze genommen haben. Da kann man sich dann dran halten und fleissig daran üben. Oder es auch wieder nicht tun. Wie im letzten Jahr. Kennen wir doch alle irgendwo her. Zumindest die Menschen unter euch, die sich Vorsätze nehmen. Ob ich, der Achim, der Maik das tun, das verraten wir. Kleiner Spoiler übrigens in der nächsten Geek Talk News Episode, die in den nächsten Tagen in eure Podcatcher fallen wird, sofern ihr es abonniert habt. Dann gibt es unschöne Neuigkeiten aus dem Hause Amazon. Alexa, genauer gesagt, da hat ein kleines Mädchen aus England die Tante gefragt, ob sie ihr nicht bitte irgendeine Challenge sagen könnte, die sie unternehmen könnte. Ja, dabei kam raus, dass man die Penny Challenge, kennt ihr das noch? Wer es nicht kennt, ein Link ist in den Shownotes drin. Es ging schlussendlich darum, dass man ein Ladegerät von einem Smartphone in die Steckdose nur halb reinsteckt und dann die Stifte berührt. Ah, Amazon. Eigentlich hätte man euch verklagen müssen, weil das geht ja gar nicht. Weiter geht es mit Hi-Fi und zwar Qualität. Spotify Hi-Fi. Möchtet ihr euch noch erinnern, als damals die Gerüchte laut waren, dass Apple sein Streaming-Angebot ausweiten könnte und mehr Geld verlangen würde für das Ganze? Da hat Spotify gleich mit reingeschossen und gesagt, ja hallo, nicht nur Tidal und Diesel machen das, wir sind sogar schneller als Apple, wir machen das. Ja, bis heute ist nichts passiert. Man wollte es in diesem Jahr einführen, respektiv nie. Man hat gesagt, es kommt. Und dann ist ja Apple zwei, drei Tage nachher mit dem offiziellen Termin, der Spotify auch schon vorher kannte, gekommen und sagte, ja, wir haben es hier, wir rollen es kostenlos für alle aus, Edgepad Spotify, weil Spotify wollte eigentlich dafür Geld verlangen. Sie haben auch eine Testgruppe gemacht in den Staaten, die auch gewillt waren, Geld dafür zu bezahlen. Nur musste dann leider Spotify nochmals über die Bücher, respektive auch dann in die Verhandlungen mit den ganzen Musiker, Labels etc. Und die ziehen sich anscheinend hin, weil man hat dann später noch gesagt, ja, es kommt, aber wir brauchen noch Zeit, aber dieses Jahr ist sicher da. Es ist nicht so sicher, ausser sie werden heute oder morgen noch was launchen, mal schauen, ob sie es schaffen und oder nicht. Und ob es dann doch vielleicht was kostet und oder eben nicht. Vor wenigen Tagen, kurz vor Weihnachten, hat sich das 25-jährige Jubiläum gejährt, oder ja, wie sagt man dem, doch gejährt, wo Apple Next gekauft hat. Wer sich jetzt denkt, what the hell is Next? Ja, damals hat man 400 Millionen ausgegeben. Damit hat man zum Beispiel Steve Jobs wieder zurück nach Apple gebracht. Auch ganz viele fähige Mitarbeiter von der Firma. Next ist eine Computerfirma, die Apple nach, äh, Apple, die Bill Gates, mein Gott, jetzt, ich bin müde, die Steve Jobs nach Apple und nach seinem Rausschmiss bei Apple, besser gesagt, damals gegründet hat, auf der unter anderem an der CERN in der Schweiz auch das Internet begründet wurde. Also nicht das Internet, sondern das WWW von Tim Barnes, oder wie er nochmals hiess, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Genau, und das war auch der Grundstein unter anderem von macOS, was wir heute nutzen und somit ein wegweisender Einkauf von Apple, denn sie ist sehr günstig, damals natürlich noch teuer, aber im Nachhinein gesehen sehr günstig haben, machen können. LastPass gab in den letzten Tagen, wenn ihr Kunden davon seid, eine Meldung, dass da sich jemand einloggen wollte, und zwar mit den richtigen Benutzerdaten. Das hat natürlich einige aufgescheucht und unschöne Erinnerungen hervorgeholt. Es war ja schon mal vor ein paar Jahren so weit, dass LastPass einen Angriff gab auf die Server. Da kamen auch Zugangsdaten, E-Mail-Adressen, Kennwörter, Erinnerungshilfen und so weiter, kamen raus. Was nicht rausgekommen ist in diesem Hack, sind natürlich die Passwort-Tressore, aber das ist natürlich immer wieder so ein Ding, was unschön ist. Mittlerweile, und da bin ich froh, ist die gestrige Episode ausgefallen, ansonsten hätte ich auch über diesen Hack berichtet, gab es einen Nachtrag. Die Firma selber hat sich nämlich gemeldet und hat gesagt, dass das Ganze wahrscheinlich eine Fehlmeldung vom System war. Auch wenn es das war, es lässt so einen komischen Geschmack. Meine lieben Hörer und Hörerinnen, wenn ihr etwas in die Richtung sucht, schaut euch unter anderem zum Beispiel OnePassword an. Ist mein totaler Favorit, auch nach vielen, 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 vielen Jahren. Das war es mit der heutigen Episode. Wenn alles klappt, gibt es noch eine Episode, bevor es dann ins neue Jahr geht. Und da werde ich dann auch kurz wieder mal einen kleinen Standpunkt rausgeben, wie es mit der Daily weitergeht. Und weshalb das die eine oder andere Episode in den letzten Wochen ausgefallen ist, das werde ich euch da dann kurz mal ein bisschen erklären. So viel Spoiler muss sein. In diesem Sinne, euch einen guten Start und einen schönen Tag. Und wir hören uns bald wieder. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.